Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Bei all der rasanten Energie, die in letzter Zeit auf Sie zukommt, fällt es Ihnen schwer, innezuhalten und zu planen. Jetzt ist es an der Zeit, auf die Bremse zu treten und die Landkarte zu konsultieren. Überlegen Sie, wohin Sie wollen, bevor Sie das Gaspedal durchtreten und ziellos herumfahren. Gesundheit Es gibt selten Zeiten, in denen Sie das Gefühl haben, auf Eierschalen zu laufen, aber in diesen Tagen spüren Sie das vielleicht ein wenig. Vielleicht liegt es daran, dass Sie mit Ihrer strahlenden Energie so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Verschenken Sie ein wenig von Ihrer kraftvollen Energie, wenn Sie trainieren oder Yoga machen. Schöpfen Sie sozusagen den Rahmen ab und genießen Sie ein tieferes Gefühl der Zentriertheit. Liebe Wenn es Ihnen möglich ist, an einer gesellschaftlichen Veranstaltung teilzunehmen, bietet sich Ihnen eine wunderbare Gelegenheit, Menschen zu treffen, die in den Kreisen verkehren, in denen Sie schon lange verkehren wollten. Die planetarische Energie ermutigt Sie, sich zu treffen und sich unter die Leute zu mischen, die Ihnen helfen könnten. Eine Person wird Sie jedoch besonders hilfreich finden und Ihre Nummer in Ihrem Buch haben wollen. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Entwickeln Sie eine unendliche Neugier auf diese Welt. Werden Sie ein Entdecker und betrachten Sie die Welt als Ihren Dschungel. Halten Sie inner und beobachten Sie all die kleinen Dinge als völlig einzigartige Ereignisse. Probieren Sie neue Dinge aus. Verlassen Sie Ihre Komfortzone und versuchen Sie, so viele verschiedene Umgebungen und Empfindungen wie möglich zu erleben. Diese Welt hat so viel zu bieten, warum sollten Sie das nicht ausnutzen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis bald!